Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Mein Name ist Verena, ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin und heute ist wieder ATC Mittwoch. Und da zeige ich euch einmal ATCs, die ich in der letzten Zeit bekommen habe und wir basteln auch ATCs, denn ich bin in so einer Tauschgruppe, wo jede Woche getauscht wird und immer zu einem unterschiedlichen Thema. Und das Thema dieses Mal ist Ton in Ton. Jetzt zeige ich euch aber zuallererst die ATCs, die ich das letzte Mal bekommen habe und zwar zum Thema Gold. Und das sind die Schätzchen. Wirklich ganz schön das Thema Gold aufgegriffen ist. Es funkelt und glitzert einem nur so entgegen. Und ja wirklich sehr sehr süße ATCs. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und das ist immer wirklich so eine ganz tolle Inspirationsquelle. Deswegen mache ich das auch so gerne. Und ich möchte euch noch daran erinnern, ich biete ja einen ATC Tauschring an und es haben tatsächlich schon einige Leute mitgemacht, was mich super freut. Ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn ein Briefumschlag für mich kommt und ich dann sehe, da hat jemand mitgemacht. Ich finde das so toll. Nächste Woche Mittwoch zeige ich euch dann die Einsendungen zum Thema Sommer, Sonne, Sonnenschein. Gebe dann auch schon das nächste Thema für den nächsten Monat bekannt, wo dann wieder Einsendeschluss der letzte des Monats ist. Solltet ihr jetzt an dem Sommer, Sonne, Sonnenschein noch mitmachen wollen, dann könnt ihr mir bis nächste Woche Dienstag, wenn ihr euch da noch beeilt, könnt ihr mir noch ATCs zu diesem Thema zukommen lassen. Die kommen dann mit ins Video und haben dann auch die Chance auf den Gewinn, den es dann gibt. Und ja, alle Infos, wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir entweder gerne eine E-Mail schreiben, steht in der Infobox oder ihr informiert euch auf meinem Blog. Auch der Link ist in der Infobox. Und nun, jetzt geht's los. Und zwar habe ich ja schon gesagt, das Thema ist Ton in Ton und ich habe mir die Farben einmal Rococo-Rosa, also eine alte Incolor, Brombeermousse, aktuelle Farbe und Bermuda-Blau, eine meiner Lieblingsfarben tatsächlich, rausgesucht, weil wir in der letzten Celebration dieses wunderschöne Ombre-Papier hatten. Und das fand ich so schön, dass ich das einfach gerne nochmal benutzen möchte. Und dafür ist der ATC-Tausch ja auch da. Also zumindest für mich, dass ich Materialien, die ich jetzt so nicht mehr verwende, weil halt nicht mehr aktuell, dass die halt trotzdem noch ihre Wertschätzung bekommen. Denn ja, sie sind halt einfach toll. Und nur weil sie nicht mehr aktuell ist, heißt es ja nicht, dass sie im Nirvana verbannt werden müssen. So, okay, jetzt geht's aber weiter. Und zwar möchte ich hier diesen Farbverlauf nutzen. Das schneiden wir uns jetzt erstmal zurecht. Und zwar auf die Maße, also eine normale ATC-Karte in dieser Größe sind zweieinhalb mal dreieinhalb Inch. Das sind 6,4 mal 8,9 cm. Ja, Zentimeter. Ich nehme aber die Inchmaße, weil ich mische das auch ganz oft, dass ich dann auf der einen Seite Inchmaße nehme, weil es von den Maßen besser passt und dann in Zentimetern, also ich mixe da wild durcheinander. Ja, okay, aber weiter geht's. Und zwar möchte ich den Farbverlauf von oben nach unten haben. Und da mache ich dann die Aufleger etwas kleiner. Man kann sie auch gleich groß machen, aber ich möchte sie jetzt tatsächlich kleiner haben. Und dann gehe ich dann 2,16 zurück. Das heißt, wir sind dann hier bei 3,8, glaube ich. Ich war nie sehr gut im Bruchrechnen, muss ich gestehen. Mathe ist mir sonst nicht so schwer gefallen, aber Bruchrechnen, das ist mir irgendwie, das habe ich nicht geschnallt. Keine Ahnung, warum. Wie breit ist das denn jetzt noch? Achso, das hätte ich auch so machen können. Ah, ich könnte es sogar tatsächlich auf die Länge auch noch machen. Hm. Nee, ich glaube, ich bleibe hier bei. Und dann brauchen wir hiervon noch einen Streifen. So, und, ähm, ich schaue gerade mal, möchte ich lieber das Dunkle oder das, den hellen Farbverlauf haben. Ich glaube, ich nehme den hellen Farbverlauf. So, also immer 2,16 kleiner, damit man dann einen kleinen Rand hat. So, und hier nehme ich dann das Rokoko-Rosa. So, Papiere zugeschnitten. Und, huch. So, und jetzt habe ich hier die 3 Papiere. Und jetzt habe ich mir aus verschiedenen Stempelsets, ähm, einmal aus, äh, Senni Zebras, das war im letzten Jahreshauptkatalog, das, äh, Grüße auf 4 Hufe mit diesen coolen Eseln. Das war aus der letzten Celebration und die Schneckenpost, die ich wirklich so abgefeiert habe. Ich finde die so witzig. Auch das Designerpapier war der Hit. Also, ich finde die einfach nur geil. Ähm, das ist aus dem letzten, äh, Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog. Und da nehme ich dann jeweils einen Stempel draus für den Spruch. Nehme ich das Zauberhafte Grüße, das ist noch im Katalog, das könnt ihr noch holen. Ähm, Link findet ihr, wie immer, in der Infobox. So, und zwar, welche Farben nehme ich denn jetzt? Ähm, den Esel. Stempel, so, den Farben. Hm, äh, äh. Ne, ich glaube, der Esel, ich glaube, ich mache das so. Ja, so gefällt mir das gut. Und weil ja Ton in Ton, stempel ich dann die Abdrücke im gleichen Ton, wie das Designerpapier ist. So. Und dann jetzt hoffen, dass ich nicht verrutsche. So. Dass es einigermaßen gerade ist. Ja, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir. So. Dann haben wir hier Bermuda-Blau. Und das Eselchen. Immer gucken, dass der Stempel gut benetzt ist, damit das auch passt. Zuck. Hi. So, die mache ich gleich dann alles sauber. Das ist ja... Ihr wisst ja, dass ich die dann... Also, dass man die Stempel danach halt reinigen muss. Damit sich die Farbe da nicht dran festsetzt. Und ihr, wenn ihr dann in eine andere Farbe geht, ihr euch dann die anderen Stempelkissen nicht versaut. So. So. Ja, passt. Mir gefällt das richtig gut mit dem Farbverlauf. So. Die mache ich gleich sauber. So. Ach ja, genau. Das wollte ich ja noch machen. Und zwar ist bei dem Zanny Zebra noch so ein kleiner Schatten dabei. Den wollte ich jetzt hier noch drunter setzen. Kommt gut. So. Ganz kurz sauber machen. Unter den Pilzen brauche ich das jetzt nicht. Aber ich finde das jetzt unter dem Esel, finde ich das jetzt nochmal ganz gut. So. Dann war es das eigentlich schon mit dem Stempeln. Aber ich will da jetzt nochmal mit einem Wassertankpinsel dran gehen. So. Einfach um so noch so ein paar Akzente da reinzusitzen. Und nicht zu viel Wasser nehmen, weil das ist kein Aquarellpapier. Das ist nicht dazu gemacht, um es nass zu machen. Weil dann quillt es so unschön auf. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. So. Aber wenn ihr das mit einem fast trockenen Pinsel macht, dann geht das. Also dann ist es nicht so dramatisch. So. 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 Die Beinchen hinten noch. Gibt das Ganze noch ein bisschen mehr Dimension. Ich meine gut, bei den Ohren, da hätte ich jetzt wahrscheinlich das untere dunkler machen müssen. Aber naja. Ich bin auch kein Kolorations-Pro. Ganz im Gegenteil. Obwohl ich gerne male. Nicht besonders gut. Aber gerne. Und. Aber. Ja. Es macht mir halt Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr Happy Painting kennt. Das macht mir auch richtig Spaß. Einfach drauf los. Ohne. Ja, wie es so schön heißt. Ohne Sinn und Verstand. Aber da habe ich Spaß dran. So. Hier das Eselchen. Dann machen wir jetzt noch das. Zebra. Den Pinsel zwischendurch sauber machen. So. 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 Obwohl, das braucht eigentlich gar nicht wirklich so viel. Das sind hier vielleicht bei den Öhrchen. Können wir eigentlich da, wo die Streifen sind. Oder hier unten bei den Hufen. Ich mag halt auch diesen, 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 diesen Look, diesen etwas kritzligen. Mag ich echt gerne, gefällt mir richtig gut. Aber man schafft sich ja nicht nur ein Stempelset an, sondern es werden ja immer, immer viele Stempelsets, weil dann ist, findet man da das toll und da das toll. Und dann wandert das in den Warenkorb. Ja. Und dann kommt man gar nicht dazu, dass die Sachen alle so zu würdigen, ähm, wie das sein sollte. Was wirklich schade ist. Und, ja. Ja. So. Das ist auch fertig. Dann machen wir jetzt noch die Pilze. So. Wassertankpinsel immer wieder gut sauber machen, damit sich die Farben nicht vermischen. Und dann geht das jetzt hier an den Pits. Das sind auch so Sachen, das könnt ihr dann machen, wie es euch am besten gefällt. Das ist ja, das ist ja das Tolle am, am Kreativsein. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt halt einfach nur, mir gefällt das und mir gefällt das nicht. Und das ist halt, finde ich, so unglaublich wertvoll. Denn, ja, über Geschmack lässt sich halt bekanntlich nicht streiten, ne? Und was sind so eure liebsten, ähm, Beschäftigungen beim, also, beziehungsweise nicht Beschäftigung, sondern so, ähm, eure Motivation zu stempeln und kreativ zu sein? Das ist einfach für die Auszeit oder, ähm, ja, weil es euch emotional gut tut, weil ihr da einfach abschalten könnt. Oder, ähm, ja, was auch immer ihr für Gründe habt. Also, ich meine, ich habe mit dem Stempeln angefangen, weil ich damals Seifen gemacht habe und Verpackungen für meine Seifen gebraucht habe. Seifen mache ich im Moment nicht mehr. Ja, dafür aber alles andere. Ähm, also, das Stempelhobby ist mir schon zum Glück lange geblieben. Und ich lieb's halt einfach. Und das ist für mich wirklich so ein schöner Ausgleich. Und, ähm, es macht mir auch Spaß, anderen damit eine Freude zu machen. Und das ist halt einfach so wichtig für mich und auch für, ja, für meinen Seelenheil quasi, dass, ähm, ja, ich kann dabei auch abschalten. Und, ähm, ja, es ist halt für mich halt einfach wirklich ein ganz tolles, ideales Hobby. Und ich habe halt, ich habe halt tatsächlich auch den Luxus, dass ich, äh, ein eigenes Stempelzimmer habe, wo ich einfach die Tür zumachen kann. Mein Mann, der kommt hier zwischendurch mal rein, um zu gucken, was ich mache. Aber, ansonsten habe ich hier halt echt einfach meine Ruhe. Und, wenn ich einfach irgendwelche YouTube-Videos mir anschauen will, oder, ach. Da war auf einmal die Kamera aus. Hm. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich war. Ähm, egal. Auf jeden Fall, das Hallöchen haben wir jetzt hier gestempelt. Und jetzt stempeln wir hier bei dem Zebra noch das Hallöchen. So, und ich habe mich auch extra dazu entschieden, das relativ, äh, klein zu halten. Ähm, jetzt nicht da irgendwie noch mit Ausstanzungen zu arbeiten, weil ich ja Ton in Ton bleiben will. Jetzt bin ich nur am Überlegen, weil so ist es ja schon, habe ich es falsch geschnitten? Sieht so aus, bei den anderen passt es, aber, hm, muss ich ja nochmal nachschneiden. So, nee, da muss ich hin. Ah, ja, okay. So, da habe ich falsch geschnitten. Ähm, jetzt überlege ich noch, weil das ist, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ach, aber ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie noch mit groß mit Ausstanzungen oder sowas arbeiten. Passendes Washi habe ich jetzt auch nicht da, dass das Ton in Ton ist. Wie machen wir es am sinnvollsten? Ein bisschen Glitzer kann auf jeden Fall noch drauf. Wie machen wir hier die Punkte, die nicht eingefärbt sind, mit Glitzer? So, was könnte ich denn noch machen? Ja, die ganzen Blätter auch noch, so. Hm, ich habe auch keine, keine, ähm, Stampin' Blends in den Farben, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich mache noch Strasssteine in den Farben drauf. Hm. Was wären denn jetzt noch so eure Ideen, was euch jetzt hier noch, wenn ihr das seht, so einfallen würde? Mir fällt jetzt hier gerade nicht so viel ein. Hier mache ich jetzt nicht den ganzen Esel, sondern nur, obwohl, ach, machen wir einfach so ein bisschen drüber. Welche Blends habe ich denn, die vielleicht von den Farben her so ähnlich sind? So, ich habe meine Blänzchen so in der Schublade. Ich mache mal kurz den Ton ein bisschen weg, damit es nicht so laut ist. So, ich habe jetzt mal welche rausgesucht. Und zwar haben wir hier das Dunkel Himbeerrot, das Dunkel Flamingo und das, ähm, helle Pfauengrün. Die passen zumindest ansatzweise. So, wieder wegräumen. Und dann nehme ich hier meine Strasssteinchen. Ähm, welche Farben waren das denn hier? Ah, steht nicht mehr mit drauf. Ach, ich kann auch die nehmen, brauche ich die gar nicht anmalen. Weil die Farben sind sehr ähnlich. So. Und dann kommen die auch weg. So, das kann wieder weggeräumt werden. Zack. Und jetzt kommen hier noch ein paar Glitzis hin. Ganz kleine habe ich von denen gar nicht mehr. Ah. Ne, gab keine ganz kleinen, sehe ich gerade. So. Passt jetzt natürlich nicht 100%. Aber. Ich glaube, so krass fällt das jetzt nicht auf. Zumindest nicht im Video. So. 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 Hm. Hm. Hm, 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 hm. Bändchen noch? Ich schaue mal, was ich für Bänder habe. So, Bändchen habe ich auch gefunden. Ah, das ist sogar Brombeer, das müsste eigentlich Flamingo sein, aber es passt trotzdem einigermaßen. Und das dürfte Bermuda sein. Ähm. Wenn ich noch herausfinde, von wo die sind, schreibe ich es euch in die Infobox. Aber das sind halt, aber das ist ja auch nicht. Aber das sind halt alles ältere Sachen schon zum Teil. Und da ist das dann, da gibt es die dann halt auch meistens gar nicht mehr zu kaufen. Aber hier könnt ihr natürlich Sachen nehmen, die ihr gerne mögt. So, jetzt mache ich da einfach ein Schleifchen hin. So. So. Das sieht irgendwie nix aus. Nee. Nö, Schleifchen will ich nicht. Aber ich könnte das so drum wickeln. Moment. Ja, ich soll das vielleicht auch festhalten, wenn ich es drum wickeln will. Ist jetzt auch nicht so wirklich das wahre, oder? Nee. Nee. Bänder verworfen. Ja, so ist halt dieser Entstehungsprozess. Was mache ich damit? Kann ich da noch mal reinwischen mit den Blending Tools? Nee, ich glaube nicht. Das hat ja schon so einen schönen Farbverlauf. Ich klebe es jetzt einfach mal zusammen. Vielleicht fällt mir ja dann... Ah, mir fällt tatsächlich noch was ein. Ha! Moment. Jo, tada! Ja, den gab es mal von Stampin' Up. Ich habe den aber bei Ebay gekauft. Nee, beim großen A gekauft. Ähm, das ist ein Spritzer. Damit kann man so pusten. Und dann hat man hier die Ausbuchtung für einen Stift. Und da passen unsere Stampin' Right Marker rein. Und dann nehmen wir hier... Ist das sogar Brombeermousse? Das ist Brombeermousse. Sehr schön. Dann haben wir... Was ist das? Das dürfte Flamingo sein. Genau. Das... Oder lieber... Was ist das hier? Zarte Pflaume. Na, ich glaube, zarte Pflaume passt besser. Und was haben wir hier? Lagunenglaue. Das sind halt wirklich alte Inkolors. Ich kann mich von denen halt nicht trennen, weil... Warum auch? Ähm... Aber dann zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Und zwar steckt ihr halt einfach hier den Stift rein. Bis vor die Spitze. Dreht den... Uh! So. Dreht das hier fest. Das merkt ihr auch. Dann rüttelt sich da nichts mehr. Und dann geht ihr halt einfach... Uh! Das war ein bisschen viel. Und dann habt ihr hier so einen Sprenkelhintergrund. Gucken, ist das so besser? Ne, so macht's gar keinen Sinn. Z, 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 z. Da, jetzt... Jetzt ist es gut. Jetzt gefällt's mir. So, mehr braucht das jetzt meiner Meinung nach überhaupt nicht. So, das gleiche hier wieder reinstecken, festdrehen. Das rüttelt dann nicht mehr weiter. Und dann... Hier möchte ich das Zebra relativ außen vor lassen. So, Hand drauf. Ist wasserbasierend. Kann ich wieder abwaschen. So. Huch. Seht ihr mal, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Und... Das macht doch richtig was her. So, jetzt hier auch das Eselchen nicht so krass treffen. Und... So, Super. Ja, und jetzt müssen die nur noch aufeinander geklebt werden auf die Kärtchen. Farblich passend natürlich. Und dafür nehme ich den Tombow. Ich nehme tatsächlich... Ähm, ah, ich seht ihr, weil ich es nass gemacht habe, sieht man das hier jetzt so ein bisschen durch. Ähm, aber ist ja die Rückseite. Aber damit seht ihr, dass ihr halt auf Designerpapier nicht zu sehr mit Wasser arbeiten solltet. Das... Ähm, dafür ist das Papier halt einfach nicht gemacht. So, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Äh, ich habe gestern meine... ...zweite Impfung bekommen und... ...bin ein Müh... ...äh... ...kaputt. Also... ...das ist... Ich habe bei der ersten, habe ich richtig flach gelegen. Also richtig mit Fieber und so ein Kram. Äh, aber nach zwei Tagen war alles wieder gut. Und jetzt habe ich tierisch Kopfschmerzen. Also ich habe oft Kopfschmerzen. Ähm... Aber ich fühle mich halt auch irgendwie so schlapp und so... ...mäh. Einfach mäh. Aber ich hatte heute zum Glück Homeoffice. Und das bedeutet, dass ich dann halt... ...entweder früher anfangen kann oder länger schlafen kann. Ich habe mich dann heute für... ...ähm, länger schlafen entschieden. Und... ...ja, ich glaube, das hat auch ganz gut getan. Weil... ...ja, als Kind habe ich irgendwie... ...gar nicht auf sowas reagiert. Und... ...ja, ja. Mit dem Alter... ...kommt's dann. So. Das sind meine ATCs für heute. Im Thema... ...Ton in Ton. Ich hoffe, es hat euch... ...hat das Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, wieder was auszuprobieren... ...und ein bisschen zu gucken, wo kann die Reise hingehen. Ich habe halt nicht viel vorbereitet, außer die Stempelsets... ...ähm... ...und die Farben. Und... ...ja. Ich bin echt glücklich damit, wo die Reise hingegangen ist. Und... ...ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Und... ...bleibt kreativ. Und... ...ja. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr den Kanal abonniert, mir einen lieben Kommentar da lasst. Und wenn wir uns dann im nächsten Video sehen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.